Hey, yo, was geht? Was geht, Gs? Gönnt euch mein erstes YouTube-Video. Lasst ein bisschen Fun, ein bisschen Love da. Und, yeah, easy. So richtig auf zum eklichen YouTuber machen. So. Hey, Leute, was geht ab? Heute willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ist das gesperrt? Kommt rein, da. Ja, mach den. Fail, Digga. Fühlst du dich auch wie im Regenwald? Ja. Ja? Im Dunkel, kommt mir bekannt vor. Warum bist du so geheilt, Digga? Ja, weil der wird pink. Füttern verboten, Digga. Wo sind die Capes? Ah, hier. Echte Touristen. Touristen? Oder Terroristen? Wir sind die Terroristen, das sind die Touristen. Ja, weil wir Schwarze sind. Okay. Willst du da sliden? Dann kann man es runtersliden an den Treppen. Leute, er will... ...sliden. I don't know, what the fuck is he is... ...doing... ...und so Faxen. But... Ich muss ehrlich sagen, Hammer's gilt, ne? Ja. Warum kann man kein Schutgeld sehen? Ja. Also meine Frage ist... ...what the fuck are they doing, man? Dieser Weg... ...wird ein leichter sein. Hier ist schon richtig nice. Mach mal ein Klippzug. Ein Klippzug. Stabil. Stram. Ja, stimmt. Bro, macht das nicht, Alter. Bevor die... Bevor die denken, guck, wie sie springt. Also, ich meine. Vor allem, das wackelt, Digga. Ja, das ist nicht das Hindernis. Ich habe einen Schiss, wenn ich halt abrutsche. Hier rutschst du halt schon krass ab, Digga. Ja, bist halt tot. Ja, ein bisschen Chilli-Milli. Ah, okay. Was hat er gegessen heute? Äh, ich habe deine Nullen gegessen. Da war bestimmt, was du... Junge, du bist. Ich habe ein bisschen... Ich bin bereit. Oh, shit, bro. Das müssen sie keinen Duchen. Easy. Jesus, please help this boy. Ja, ich bin bereit. Pass auf, bro. Oh, shit. Leute, Leute. Leute, Leute. Ananas-Kojuk, ja. Ja. Hallo. 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 Hi. Hast du noch einen Gump? Kutsch den ganzen Gump. Ach ja, stimmt. Okay, er zieht sich aus, okay. Auf den Stein. Versuch mal. Oh shit, oh shit. The boy is booming. Wenn ich in Stuttgart lebe, ist ja egal. Ich seh dark aus. Leute, das ist der Nachteil bei schwarzen Leuten. Als ich echt dark chocolate hallo. Wo bist du eigentlich? Ich bin Karamell, Leute. Alter, meine Glatzhörer sieht man. Oh du. Ich bin Karamell erst. Da ein bisschen. Das ist der Nachteil von schwarzen. Mich sieht man immer noch nicht. Das ist der Nachteil von schwarzen, dass man bei... Douglas kannst keine Fics machen. Geht einfach nicht. Zu blöd.